Als die Mauer fiel, da war ich drei Jahre alt. Und so wie überall im Osten hatte das DDR-Regime auch in unserer Kleinstadt in Brandenburg ganze Arbeit geleistet. Der Glaube wurde oft heimlich gelebt. Die Kirche spielte im Alltag der Menschen kaum eine Rolle. So auch in meiner Kindheit und Jugend, Jahre nach der Wende. Und doch, obwohl ich aus keinem Pfarrhaushalt komme, war unsere Gemeinde meine Heimat. Ich liebte es, mich dort zu engagieren, war in der Christenlehre in den Chören, war Jugenddelegierte der Synode unseres Kirchenkreises. Mein Glaube machte mich zur Exotin in der Schule und dadurch wurde er noch fester. Mit 14 beschloss ich, nur Pastorin will ich sein. Und mit 16 machte ich eine Ausbildung zur Lektorin, damit ich Gottesdienste gestalten kann. Christin sein war in der Uckermark ein Bekenntnis. Und seitdem trage ich eine Frömmigkeit tief in mir. Eine lebendige Beziehung mit Gott führe ich, mit allen Höhen und Tiefen und auch mit unserer Kirche. Von dort komme ich, liebe Synodale. Heute sieht mein Glaubensalltag anders aus. Ich bin Pastorin einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein. Ich darf tun, wovon ich immer geträumt habe. Ich darf das Evangelium in die Welt tragen und Kirche gestalten. Und das tue ich mit Leib und Seele in Büdelsdorf als Pastorin und leidenschaftlich auf Instagram als Seligkeitsding in den sozialen Medien. Und entsprechend vielschichtig sieht mein Alltag aus. Vor ein paar Tagen traf ich die seit Jahrzehnten ehrenamtlichen Damen des Besuchdienstkreises. Am Nachmittag führte ich ein Taufgespräch. Die Eltern kennen mich von Instagram, kamen dann ab und zu in meine Gottesdienste und haben sich nun entschieden, ihr Kind taufen zu lassen. Am Abend feiern wir mit 300 Menschen ganz spontan an einem gewöhnlichen Donnerstagabend eine Andacht auf Instagram. Und wir sind dort eine Gemeinde spätestens, als die Menschen, die zwischen 20 und 45 Jahre alt sind, also genau die, die am häufigsten aus unserer Kirche austreten oder erst gar keine Kirchenbindung haben, ihre Gebetsanliegen posten. Für alle lesbar, voll Vertrauen. Im Anschluss habe ich auf Instagram ein Seelsorgegespräch. Ich möchte Ihnen sagen, wir als Kirche, wir werden im Netz gehört und wir werden dort gebraucht. Wir, jeder Einzelne, jede Einzelne von uns sind Expertinnen dafür, über unseren Glauben zu sprechen. Die sozialen Medienplattformen, die bieten Kontaktfläche. Sie sind mehr als Oberflächlichkeiten. Es kommt auf unsere Nutzung an. Und ich habe die große Ehre, Menschen mit all ihren Sinn und Glaubens und letztendlich auch Lebensfragen auf der Suche nach ihren ganz persönlichen Antworten zu begleiten, indem ich mich und meinen Glauben zur Verfügung stelle, indem ich zuhöre. Und das kann ich als eine der ersten Creator des EKD-geförderten Netzwerkes JIT vor Selbstbewusstsein sagen. Ich bin überzeugte Gemeindepastorin. Ich kenne die Sorgen der Mitarbeitenden, wenn wir über Fusionen in Gemeinden sprechen. Ich spüre die Sorge über den Nachwuchsmangel und gleichzeitig die Unzufriedenheit derer, die gerade erst in unserer Kirche anfangen zu arbeiten. Kirche ist im Wandel, weil sie als Teil einer sich stets verändernden Welt eben im Wandel ist. Und da steht außer Frage nur, wie? Das liegt in unserer Hand. Und hier sehe ich die große zukünftige Aufgabe des Rates. Veränderungsprozesse begleiten. Immer wieder mit Mut. Nach außen und nach innen wirken. Was ich dafür bringe? Meinen Mut. Neue Wege sind für mich Chancen. Für mich gibt es kein Scheitern. Scheitern ist für mich die Möglichkeit, anders zu werden, als ich es mir vorgestellt habe. Und diesen Mut zur Innovation, auch zur digitalen Innovation, möchte ich weitergeben und in die Entscheidung der EKD einfließen lassen. Und natürlich bringe ich meine Liebe zu dieser Kirche mit meiner Leidenschaft über Glauben mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Mein Blick für die Bedürfnisse der Menschen und meine Offenheit. Ich stehe für eine offene Kirche mitten in der Welt. Als ich drei Jahre alt war, fiel die Mauer. In meiner Klasse war Christin sein damals ein Bekenntnis. Das blieb es und das ist es für mich bis heute. Und mit diesem Bekenntnis zur evangelischen Kirche wäre es mir eine Ehre, in Zukunft meinen Dienst auch im Rat der EKD zu tun. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.